Das sind die Novizen für das Wildwassermanagement Wintersemester 2022-2023. Ich weiß nicht, wie wir, Arno, Reha und auch meine Wenigkeit es schaffen, Ihnen in so kurzer Zeit Wildwassermanagement beizubringen. Aber es klappt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Alle packen an. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Alle Anfang ist schwer, so geht es leider nicht. Dann nutzt es auch nicht, wenn man das Boot festhält. Julia hat Pech, dass sie von zwei Seiten gefilmt wird. Ruhig auch mal das Paddel loslassen, unbedingt mal ausprobieren. Auch der Versuch, vorsichtig und zurückhaltend in die Strömung zu paddeln, misslingt. So was schnappt sich der Fluss. Achtung, jetzt bloß nicht stützen. Im Kampf mit den Elementen. Im Kampf mit den Elementen. Komm schon, ey! Achtung, Attacke von hinten. Kampf um jeden Ball. Mit den Fingern. Die Finger müssen umgehen. Die Finger müssen umgehen. Ihnen ausweichen. Oder zu nehmen wissen. Wenn das dein Paddel ist. Wenn das dein Paddel ist, damit haust du richtig rein. Rechte Route immer Gas geben. Dann nicht vergessen. Wenn es drauf ankommt, stützen. Dann locker unten rausfahren. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 3. 5. 5. 7. 6. 5. 6. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ich weiß nicht, ich kann mir nur sagen, wir haben das wieder mal super hingekriegt Bis zum nächsten Mal auf dem Wasser Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017